Moin Moin und Willkommen zu einer neuen Episode von Dirt Rallye. Die letzte Etappe der Rallye Monte Carlo steht an, die letzte Etappe für unseren Mini und auch die letzte Etappe für die Klasse der 60er. Und im Grunde auch der allerletzte Lauf, auch in dieser Saison. Und ich hoffe mal, dass wir dann aufsteigen werden. Ich glaube, wir sind jetzt in der 60s Open Meisterschaft und dann steigen wir in die Club-Meisterschaft auf. Und ja, Col de Turini di Sente ist quasi... Ich weiß jetzt nicht, welche jetzt richtig rum ist, aber das ist auf jeden Fall die Strecke hier, die wir schon mal gefahren sind. Die zweite Etappe nur eben umgedreht. Streckenverhältnisse sind eigentlich dieselben. Da war 1% mehr Eis, aber das wird den Col jetzt auch nicht fett machen. Und da ging es ja bei der anderen Etappe ja weiter hoch. Beziehungsweise, äh, von dort kamen wir ja bei einer Etappe. Aber genießen wir mal die letzte Rallye. Wunderschöner Ausblick, wenn wir jetzt so runterschauen. Richtig schöne Rallye. Da hat man beim Anbremsen schon gemerkt, das Eis hat Wirkung gezeigt. Wunderschön! Wunderschön! Paar, Leid? Puh. Wunderschön! 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 Das war sehr, sehr knapp. Wie geil das aussieht, ey. Unglaublich. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Krasses Untersteuern. Hard am Limit, man. Schon ein paar Mal links, rechts sind wir angeditscht. Aber ist noch völlig in Ordnung, aber muss natürlich nicht sein. Aber fürs nächste Mal kennen wir ja die Strecken, das ist ja das Gute. Rechts 4 lang. In rechts 3, mach zu lang. In links 3, halb lang, links halten, über Kuppe. Rechts 4, so. In links 4. In rechts 2, über Kuppe. In links 3, 150, richtig bis 10. Go-Kart fahren. Sehr schön. Sehr schöne letzte Etappe. Ah, da gibt's ein paar mit Reifenpanne. Scheibe gesprungen. Ansaugschlauke locker. Seitenteil verbogen. Oh, Seitenteil verbogen, ne. Und Rad gebrochen. Ja, hier kannst du dir echt viel kaputt machen. So, das ist das Endergebnis. Der Rallye Monte Carlo-P kostet mal wieder 2 da. Und, ähm, ja, mit einer Minute Rückstand. Das Gesamtergebnis, ja, das ist hier erstmal die Prämie. Ja, da gibt's noch Teamleiter. Fertig ist Level 2. Ansonsten gibt's ja gar nix. Das ist sozusagen die... Ja, das Saison-Klassement. Und da haben wir alles gewonnen, was es gibt. Was es gibt. 125 Punkte. P Costa steigt mit uns auf V. H. Meri mit seinem Langea. Wulvia HF. Und P Costa hat sich dann doch noch zum Schluss Platz 2 geangelt. Also, blöder siebter Platz. Aber dafür hat Meri, äh, nur den fünften Platz gemacht. Blöd gelaufen für ihn. War auch aufgestiegen. Das ist das Wichtige. Und jetzt... Mal gucken, wie das, äh, aussehen wird. Ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Du hast die Open Meisterschaft gewonnen. Du bist zum Clubman-Meister aufgestiegen. Äh, zur Meisterschaft aufgestiegen. Ja. So haben wir das auch. Gibt's vielleicht noch irgendwie so eine lustige Animation? Ne, gibt nix. Nix. Was gibt's hier? So, Poeys, Wales wäre die nächste Meisterschaft. Das ist schon mal gut, dass es schon mal Wales ist. Es gibt auf jeden Fall mehr Events. Die Frage ist, welches Fahrzeug, welches Fahrzeug werden wir nehmen? Ähm, klar, das wird die 70er sein. Und ich bin ja schon ein paar Fahrzeuge gefahren. Und ich kann euch ja meine Meinung sagen. Also, hier, der Stratos, den wollte ich ja eigentlich haben. Aber, der ist tatsächlich so krass, der ist kaum zu bändigen. Der ist kaum zu bändigen und der ist einfach so krass, dass es schon wieder keinen Spaß macht. Also, das macht wirklich keinen Spaß. Ich hab gedacht, hier, Mittelmotor und Sechszylinder, der hört sich wirklich geil an. Aber, der ist wirklich kaum zu halten. Das Ding ist ein totales Biest. Und beim Beschleunigen kommst du nicht mehr mit dem Heck. Das Ding ist Heck getrieben. Aber, wenn der nach vorne peitscht, hast du so untersteuern, da geht gar nix. Der Ford Escort. Es geht. Ist sehr leicht mit dem Heck. Was mich sehr stört, weil man sehr, sehr schwer korrigieren kann. Ähm. Der Abarth, der geht schon in dieselbe Richtung. Er ist auch von der Bauform, ja, identisch. Er fühlt sich eigentlich genauso an wie der, ähm, Escort. Und, äh, der Beste von denen allen war tatsächlich der Opel Kadett, den ich eigentlich überhaupt nicht haben wollte. Aber der fühlte sich für mich, ähm, nicht perfekt an, aber für meine Fahrweise eigentlich optimal. Er ist sehr leicht, aber ich spüre das Heck richtig gut. Ja, ich weiß genau, was das Heck vorhat. Und, ja, hat, ähm, ja, Gewichtsvorteile gegenüber den anderen Jungs. Sogar dem Stratos, ja. Ja, 10 Kilogramm weniger auf den Rippen. Hat 240 PS. Genau wie der Stratos, aber PS ist nicht alles. Ich sag's euch. Die, die beiden haben gleich viel PS, aber, äh, der Opel, der dreht sogar höher. Ja, aber das sind ganz andere Fahrzeugtypen, ne, das ist unglaublich. Ich hab mir gedacht, ähm, im Grunde haben wir uns da schon geeinigt, ne. Ich meine auch schon, dass ich ihr gesagt habe, dass ich den Kadett haben möchte. In der nächsten Folge werdet ihr was Cooles sehen, wie ich den Wagen präsentieren werde. Und, ähm, ich denke mal schon, dass es der Kadett sein wird. Ich tendiere sehr stark da, ähm, auf den Kadett. Ähm, muss ja auch Spaß machen, ne. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem 70er-Auto und höchstwahrscheinlich den Opel Kadett. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und, äh, ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein!